Hallo Freunde und Reiters, willkommen zurück zu Malgear Solid 2, ja ja ja, oh wei, ich habe gesehen, dass da gerade jemand langgelaufen ist, ähm, oder habe ich mich gerade verguckt, oh nein, warte, ii, ich werde den mal eben für dich, ja, fuck you doch, Wo kannst du sagen hier, was, hast du mich schon durch die Wand gesehen, du Arsch, naja, ähm, was wollte ich sagen, also erstmal haben wir ein paar Story-Elemente, mal wieder erfahren, ja, äh, immer wieder cool, und, ich bin auf jeden Fall gespannt, so, ich werde jetzt erstmal hier alle ganz sneaky ausschalten, denn ich bin ja bekannt als weltbester Meti- Fick dich Moment, als weltbester Meti-Gear-Solid-Spieler, so kennt mich die Welt, ja Hoppala Entschuldigung Als weltbester Meti-Gear-Solid-Spieler und deswegen werde ich jetzt erstmal ganz alle sneaky ausschalten, so, wir haben auf jeden Fall ganz, äh, viel Story-Elemente erfahren das letzte Mal, wie es aussieht Ähm, es ist alles total krank, ein bisschen paranoid, ein bisschen Verfolgungswahn in, äh, ich wollte schon sagen Videospiel-Umsetzung, aber es erfasst den Film, deswegen ist es ein Film, ähm, und auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant, ich bin gespannt, wie es weitergeht Wir müssen jetzt wieder, äh, zu Strut L Fick dich Fuck Komm her Lauf her Bist ein Hohnsohn, weißt du das Ach mann, wieso hat der das denn, wieso ist da noch einer Jetzt habe ich noch meinen Radar Das ist doof Ähm Boah, was habe ich jetzt so einen Frott im Hals, Alter Habe ich doch schon seit Ewigkeit nicht mehr Was ist hier falsch Na los Komm her Hm, dann halt nicht Hoppala Boah, ich will mal so geschmeidig loslassen, ne, aber ich krieg's nicht geschissen Kollege Ich trau mir nicht zu schießen, weil dann, dann, dann trifft das unser Hype Ist immer blöd Hahaha Ah, 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 okay Iya Ich liebe es, das zu sagen Steh auf Das ist mit Waffen wahrscheinlich Da stand ja was hier von Waffen loslassen und so, ne Wahrscheinlich muss ich einfach nur die Waffe Nicht ausgerüstet haben So, ich hoffe, ich komme überhaupt raus, ne Weil, äh, wie gesagt Äh, die Brücke ist da ja eigentlich kaputt, ne Und meine, der andere Tür, der andere Weg Funktionierte ja nicht, da war ja hier Blitzekacke Ich hätte es vielleicht nochmal überprüfen sollen, ich Arschloch Aber ich meine, wenn hier tatsächlich Leute waren Dann würde ich einfach mal die Behauptung aufstellen Ja, das hat auch so geplant ist, wenn hier so ein Scheiß rumliegt, ne Ähm Aha Okay, haben sie notgedrungen, er hat was aufgebaut Wie gut Oh Moment Ich gehe nochmal sicher und mache sie lieber kaputt Ich weiß, ich kann sie auch schäffen, aber Aber YOLO Ich habe ein Leben am Limit, ja, ihr kennt mich ja Egal Ach, ja Wie gesagt, ich habe es ja glaube ich schon in der vorletzten Folge so gesagt Dass wir mit dem Meryl Meryl Geht es alle zwei bisher Doch, also jetzt macht es mir wieder mehr Spaß Es war am Anfang halt wirklich ein bisschen Ein bisschen eintönig Ach was, sie hat Angst vor so scheiß Viechern Aber nicht hier vor so einer Höhenangst, ne Alles klar Es war ein bisschen eintönig, sehr viel hin und her gelaufen Aber mittlerweile Macht es halt tatsächlich wieder Bock Auch wenn ich es trotzdem nicht so gut finde wie den ersten Teil Aber das ist ja nicht schlimm Ist ja meckern auf Hohem Niveau Ähm Strut L ist unten, ne Glaube Schuhen Äh Wie ich einfach gerade nur in die Ego sich kurz gucken wollte Weil man kann jetzt einfrieren Bin doch cool Moment Kurz ausprobieren, ob es wehtut Nein Okay, dann muss ich wahrscheinlich Ja, jetzt hat es natürlich wieder ewig gebraucht YOLO Es entzündet sich gleich bestimmt wieder, würde ich sagen Wohl doch nicht Naja Was, Strut L BEP BEP Oh mein Gott, sie haben die Sicherheitsstufe erhöht Oder wie sieht das hier aus Verdammt Was ist falsch? Diese Tür ist Sicherheitslevel 5 Ich habe keine Karte 5 Verdammt Du hast es bereits gebeten? Tada What the Are you impressed? You should have told me you had it Well the truth is I just remembered myself Okay Ähm Wo sind wir hier? Wo bin ich hier gelandet? Warum ist die Tür kaputt? Bin ich frech Habe ich jetzt Level 5 auch dabei? Ja Ich finde das sowieso interessant Irgendwie die ganzen Türen Ich weiß ja nicht Irgendwie Bei MediX2001 wurde ich immer sofort Genau, alles klar Da war ja noch so eine Level-Tür und sowas Na, nicht immer, aber Mehr, aber hier weiß ich jetzt überhaupt gar nicht Gab es Haben wir schon mal Level 5 Türen gesehen? Irgendwie ist es mir auch Hier Hier Mir Mir hier auch ziemlich egal Aber egal Egal, egal, ne? Fuck you Ach, ist das hier, okay Aha, witzig Oh, wie kann man so oft daneben schießen? Leon Alter Ich will mal dein Leben, Alter Ah, okay Er schießt mich doch Läuste tot Ne Ähm Ich würde das gerne Ich würde das gerne nochmal machen Er schießt mich bitte Los Wow Alter, wie der da über die Führung gebuckt ist Ich frage mich ja, wann Fischen-Mail kommt Kenner des Spiels wissen jetzt, was ich meine Ich meine, ich bin zwar kein Kenner des Spiels, aber ich weiß es trotzdem Ich bin ja schon wieder so reingelaufen Was ist eigentlich falsch mit mir? Eine ganze Menge ist scheinbar Alles ruhig Ähm Das Spiel müsste ich eigentlich auf Kopfhöhe sein, ungefähr, ne? Wieso? Ich wollte geschmeidig loslassen Oh, ich hab ihn richtig abgelenkt mit das gesehen Als die Kollege das, hab ich recht Och, fick dich doch ins Fick dich doch Ich hasse dich Wieso? Da schießt mich nochmal los Mann Baff Ist der tot? Wuhu Baff Mann Du blödes Arschgesicht Warum siehst du mich denn immer, du Arsch Raiden 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 Boah, halt auf deine Schnauze, Emma Ich hasse dich Erstmal rumhallen Meine Güte Ja, ey Das kann ja wohl nicht wahr sein So, du bleibst jetzt mal hier stehen, ja? Das heißt, ich werde jetzt Bin jetzt mal richtig klug Pass mal auf hier Ich bin jetzt wieder Tactical Espionage Spieler Oder vielleicht auch nicht Alter, ich Du kannst mich Du kannst mich mal so weit am Arsch lenken Merk da nicht Wieso hab ich eigentlich keine Karte? War ich noch nie in Strut, ey? Ich glaube nicht, ne? Krass Oh mein Gott, ey Ey, es ist nicht mehr lustig Ey Boah Ach komm, ey Das ist doch blöd, ja? Ich krieg die nicht ausgekontert Ich krieg das nicht hin Hauptsache, er setzt erstmal gegen einen Typen so eine fette Grenade da, ey So viele verschiedene Leute, die mir Ihr Schreien Schreiben, wollte ich schon was sagen Boah, ist der bediktet, Alter? Nein, bin ich nicht Meine Hackfresse, ey So langsam ist es nicht mehr lustig So Du fickst dich ins Knie Hast du erfolgreich hingekriegt Und du auch Meine Fresse, ey So Kannst mich mal spielen, ey So, ich muss doch irgendwo hier Kann ich doch in Strut L runter Das ist doch sicherlich hier, oder? Das sieht mir hier sehr aufzügig aus Freizügig Ne, warte mal Irgendwie auch nicht, ne? Hier, Mann, kann ich da rüber? Kann ich nicht Ähm Das ist doch ein Aufzug hier, oder nicht? Hm Naja, wir gehen das mal weiter vielleicht Achso, warte mal Äh, äh Quietsch Ähm Ja, oder Oder einfach Das ist der Aufzug Ne, achso Äh Kommt wieder Ich hab Angst vor Wind Hast du Geht Ja, du kannst dich Ich hab keine Ha conduit Ist ja Ja, ich leer Dein Schein Du musst Einen Schatz Geht Better. The numbness is gone. I can climb down on my own. Okay, follow me. The sunset. It's beautiful. If we don't hurry, it'll be the last we see. Enemy soldiers. Gun ciphers. I don't think we're going to be able to slip past all that. Looks like it can barely support one person. How much do you weigh, Emma? Are you going to ask me how old I am next? If you go alone, I think you can make it across. This is Raiden. Do you read me? Yeah. What's up? We've made it to the lower part of Strut L. We'll have to cross the water from here. Can Emma walk? Yeah, she's okay. The pontoon bridge doesn't look too sturdy. Emma's going to have to cross it alone. Right. The oil fence. There are ciphers and several guards. Raiden, you're carrying a PSG-1, aren't you? Yeah. It's time to play sniper. Not bad. This spot gives me a good view of the targets. You're going to have to cover Emma until she crosses to Strut E. I'll get there and provide some support of my own. Thanks. Think you can handle it? Uh-huh. I'm heading for Strut E. Emma, are you reading me? Loud and clear. I'm gonna clear a path for you from here. How? Sniperfire. You're kidding. Trust me. What if I fall into the sea? I can't swim. You were doing pretty good a few minutes ago. Okay. Think you can do it? Would you take no for an answer? No. All right. Get going. You'll be fine. Alles klar. Blöd, dass ich kein Infrarotsicht habe. Ha! Äh. Okay, okay, okay. Ah! Wenn wir... Wo wir gerade vom Doppel reden. Finde ich auf jeden Fall interessant, weil, äh... Wie die eigentlich? Warte mal, Infrarotsicht. Zeig's, Emma. Wow! Krass. Ähm... Dann wird's Zeit für das Scharfschützen-Action, würde ich sagen. Plus... Hä? Das ist voll gut. Wow. Hast du... Wow! Hast du viel für mich. Wo sind die fucking Wurke jetzt hin? Ach da. Pff. Moment. Ähm... Zack, ey. Ja! Genau! Haha! Ah! Ja, ist okay, Mann. War da jetzt gerade eine Granate, oder wurde die umgeböllert? Das habe ich jetzt nicht... Gebellert. Umgeballert! Mann! Äh... Habe ich jetzt nicht gesehen, leider. Da ist aber jetzt soweit. Ich wollte gerade sagen, wir nehmen jetzt einmal die Sniper plus das Pante-Papa-Papa. Ähm... Da habe ich neun Stück von. Das ist doch schon mal ein Anfang. Pff. So, warte mal. Ähm... Jetzt nehme ich mal kurz die Thermo-Googles. Aha. Okay, ist wirklich ne Bombe drauf. Ist jetzt blöd, weil da noch eine liegt, in die sie jetzt reinläuft. Habe ich recht? Vielleicht aber auch nicht. Oh. Ja. Oh. Emma? Are you alright? Emma! 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 Oh! 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 Okay, Mann. Muss mich jetzt halt ein bisschen beeilen. Können auch nicht mal die Socom nehmen, ne? Das ist, glaube ich, auch absolut ausreichend. Die ist denn da oben einfach überhaupt gekümmert Okay, dann nehme ich ja doch die Sniper Ah, okay Pante, pa 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 Was, Aua? Habt ihr gerade Aua gemacht Was los? Ui, hast du ihre Beine machen Abflug Na, dagegen kann ich nichts tun Zack So Ich beobachte dich Ich hab die Vision, Alter Kann Flügel abschießen Aber ich find das halt cool wie ein Mettige Solid Wie gesagt, das ist so das, was mir am Anfang ein bisschen fehlte Was jetzt immer öfter kommt Diese Abwechslung Weil Mettige Solid 1 hatte auch immer wieder so ein paar Passagen zwischendrin Die halt anders waren als das eigentliche Spiel Jetzt zittere ich wieder rum Nice Oh, hier bin ich getroffen Ach, fick dich doch Äh, ich hab nur mit einem Arm geschossen, alles klar Jetzt stirb doch Aha Wissen wir wieder schön, wie wir Leute sterben sehen, dass denen einfach scheißegal ist In Faro brauche ich wieder Oh, da ist ja jemand Pfff Alles klar Äh Mal fangen wir an zu zittern, oder? Ja Gut, aber für die Sicht erstmal reicht es ja Wie soll ich denn Wow Was war das denn? Wie soll ich denn überhaupt gerade rüberkommen dann? Frage ich mich Ach nein, muss er da hinten gleich auch noch rüber Oh ja, da hinten muss er auch noch rüber Na, großartig Dann würde ich sagen Könnte ich sie ja schon mal platt machen, ne? Ähm Nein Infrarot Da bist du Ich liebe dich Fick dich doch Ach Gottchen, ey Geh doch kaputt Was zum Fick Na, danke schön Warte mal dann Schon mal hier wieder, ne? Thermo-Goggles Wat? Wat? Wo war? Da war irgendwo einer What the fuck? Irgendwer war hier gerade Natürlich Natürlich Meine Fresse, Alter Ahaha Okay Okay Emma, kannst du mal zwei Sekunden ohne mich Danke Minus T Ach stimmt, ich habe ja noch die andere Sniper, ne? Was ist die nochmal? Betäubungsgewehr Das ist zu late Wow, Alter Voll der Feind da oben Wo ist sie? Ah, da Warte Ich finde es ein bisschen ungeil Ich habe davon nicht mehr so viel Und davon gibt es ja auch nichts Das sind ein bisschen viele auf einmal, meint ihr nicht? Snake Hä, wo sind sie überhaupt? Ist sie schon auf der nächsten? Ja, genau Jetzt seht ich natürlich wieder Ach, ist das Snake? Das ist Snake Hm What the fuck? Warte mal Achso Wann bist du denn jetzt erst da? Oder? Achso, doch Ja gut Ich dachte, das wäre noch die erste Ja, ey Bewegt deinen Arsch doch mal ein wenig schneller Wow Ja, okay Ding Du willst auch noch dein Fett weg haben Snake Du Arsch Hilf doch mal Und du? Du sitzt da nicht tausend Jahre rum Bis du mal weitermachst hier Darf ich sie auch ohne zielen? Nein Ohne zielen, ja No scope Easy Mein okay Snake hilft mir gleich, ne Aber komm schon Ich brauche halt auch mal hier Was, was mich ruhiger macht Ich will mich verarschen, ne Mit Munition werde ich hier zugeballert, ne Aber Meine Stillhalte Drogen kriege ich nicht, oder was? Alter Geil Das Aiming Ja Kannste knicken, ey Och maaaann Ah Mein Gott, ey Es sind halt einfach zu viele Snake Du dummes Stück Scheiße Hilf doch mal mit Trau mir nicht zu weit zu laufen Bevor er irgendwie Snake noch zu dumm ist Riden Und dann einfach ins Wasser läuft Würde ich dem Jungen ja zutrauen, ne Oh Natürlich Da lagen wir ihn drauf Muss ich nochmal von vorne anfangen Ich kenne das Spiel ja Das Spiel Scheiße Ich muss sicherlich wieder von vorne anfangen Yes Sir Natürlich Oh Nee Ey Dann wissen wir schon mal, was uns die nächsten drei Parts noch begleiten wird Bis zum nächsten Mal Ich kenne das Spiel Bis zum nächsten Mal Ich kenne das Spiel Ich kenne das Spiel Ich kenne das Spiel